Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Samstagmorgen und in das Wochenende reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 16.600 US-Dollar. Es hat sich wenig getan. Wir werden jetzt auch nur ganz, ganz kurz auf Bitcoin eingehen, Ethereum und dann schauen wir uns mal ein paar Altcoins an, weil es bringt jetzt hier nichts, 5 Minuten über Bitcoin zu quatschen, wenn im Endeffekt eh nicht viel passiert ist. Und da will ich euch jetzt einfach nicht zu lange aufhalten. Denn doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und schaut euch gerne noch das XRP und die Yota-Update an, was wir gestern oder was ich gestern hochgeladen habe. Ist sehr, sehr gut angekommen, also freut mich für die positive Resonanz. Und natürlich läuft weiterhin das exklusive BingX-Registrierungsevent. Läuft noch bis morgen. Also wenn ihr Bock habt, euch Free-Trades zu holen, Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt habe ich genug Eigenwerbung gemacht, reicht jetzt auch wieder. Und jetzt starten wir mit den Charts. Wie gesagt, ungefähr 16.600 US-Dollar traden wir momentan. Es hat sich an der Range nichts getan. Muss man ganz ehrlich so sagen, es hat sich einfach nichts getan. Wir traden weiterhin hier zwischen diesen 17.000 und ungefähr 16.400 US-Dollar. Wir haben weiterhin noch nicht unsere Vektor-Candle hier unten abgeholt. Apropos Vektor-Candle. Ich habe gestern noch ein Video über den Traders-Reality-Indikator gedreht. Einfach nochmal ein bisschen ausführlicher. Das werde ich dann die nächsten Tage auf jeden Fall hochladen. Aber ansonsten gilt, wir befinden uns weiterhin in einem Downtrend. Wir schaffen kein höheres Hoch hier. Wir schaffen aber auch erst einmal kein tieferes Tief. Also wir konsolidieren hier einfach und wir haben das CME-Gap bei ungefähr 16.590 US-Dollar. Also genau da, wo wir momentan sind, da liegt unser CME-Gap. Das ist ein bisschen am Auge behalten. News wird es am Wochenende nicht geben. Was nur ein bisschen auffällig ist, wir haben sehr, sehr viel Inflow auf Binance. Also sehr, sehr viel BTC-Inflow. Also da vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Aber wir sind wirklich darauf vorbereitet, sollten wir jetzt hier runtergehen. Long, für mich ein positiver Long-Einstieg. Sollten wir hier oben reingehen, sehr, sehr wahrscheinlich ein Short-Einstieg. Und das ist weiterhin das, was wir eigentlich erwarten. Ich habe keinen Bock, diese Ranges hier zu traden zwischen 16.500 und sowas. Das ist mir ein bisschen zu viel Gamble. Da bin ich einfach nicht der Fan davon. Wenn, dann will ich richtige Setups. Und ja, genau. Dann gehen wir gleich zu Ethereum rüber. Dann halten wir uns nicht so lange auch auf hier. Genau das Gleiche. Die Long-Position läuft noch von der Vector-Candle. Profite genommen. Mehr gibt es hier auch nicht zu sagen. Wir kriegen keine Impulse. Ihr seht, das Volumen am absoluten Tiefpunkt angelangt. Also wir brauchen hier auch mal wieder irgendwie einen voluminösen Vorstoß. Haben aber auch hier unten noch weiterhin die Vector-Candle bei ungefähr 1.100 US-Dollar. Also auch dem Bereich im Auge behalten gilt das Gleiche. Eventuell nochmal hier unten nochmal vielleicht eine Long-Position. Probieren, wobei wir jetzt hier schon 1, 2, 3, 4 Mal reingekommen sind in diese 1-Stunden-Demand-Zone. Also ich wäre hier wirklich, wirklich vorsichtig noch irgendwelche Long-Positionen aufzumachen. Eher da oben eine Short bei ungefähr 1.290. Da müssen wir aber auch erstmal hinkommen. Das ist der andere Punkt. Aber ansonsten eher nochmal ein bisschen Talfahrt nach unten. Dann haben wir ja gestern XRP besprochen. Auch hier erst einmal wenig Bewegung. Golden Pocket 0.35. Erst einmal im Auge behalten. Sonst an sich eine Seitwärtsphase. Schauen wir mal, ob wir eventuell noch sogar vorher hier dieses Hoch bei 0.40 nochmal antesten, weil hier doch noch ein bisschen Volumen liegt. Schaffen wir das. Wäre es sogar ein potenzieller Short-Entry mit dieser Ineffizienz hier oben. Also diese gelbe Linie. Müssen wir mal im Auge behalten. Werde ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Auf den Laufenden halten. Sollte es sich hier irgendwas noch tun. Aber auch hier sehen wir eine Seitwärtsphase. Nun kommen wir mal zu was Interessanteren. Und zwar Chilis. Chilis, ja. Nicht die scharfe Paprika, sondern wirklich der Coin. Boah, der kam jetzt richtig flach. Also da müsst ihr jetzt nicht drüber lachen. Ja, hier ein bisschen interessanter. Wir haben hier einen ordentlichen Abtrend gebildet. Ist zwar jetzt hier nicht so schön eingezeichnet, aber einfach nur mal so bildlich dargestellt. Abtrend vorhanden. Plus wir haben jetzt hier drüben diesen Wig, wo sehr, sehr, sehr viel Volumen drin war. Also es war dieser Wig, wo wir nach oben und nach unten haben wir uns jetzt die Liquidität hier oben geholt bei ungefähr 0,27,40. Also hier läuft der Short-Entry momentan Bombe. Aber wir haben jetzt hier schon das Golden Pocket wieder getestet. Und zwar von oben. Das heißt, positiver Retest. Wir haben hier jetzt erst einmal Support gefunden. Wichtiger wäre, wir sind jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, wie es hier vom Volumen aussieht. Da haben wir hier unten im Golden Pocket noch mal relativ viel Short-Volumen hier mit reinbekommen. Also es wäre schon relativ gut, eigentlich, wenn wir vielleicht sogar hier noch mal runterkommen, in das Golden Pocket noch mal als Support bestätigen und dann noch mal hoch. Und da wird es dann interessant. Also das Hoch wurde jetzt nicht mit massig Volumen gebildet. Das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt mit einer Short-Order rechnen. Meine Short-Order läuft. Die lasse ich auch erst einmal laufen. Müsste jetzt, sage ich mal, vom Hoch hier oben zum jetzigen Zeitpunkt 8% im Plus sein. Dreierhebel. Mehr gehe ich momentan nicht rein. Und Stop-Loss-Entry. Ich werde hier aber auch nicht mehr nachshorten, weil, wenn wir hier noch mal hochkommen, wir haben uns jetzt die Liquidität von hier drüben, vom, wann war es? 8. November haben wir uns geholt. Mit diesem Wig hier oben. Mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Das heißt, so viel Short-Potenzial ist da oben nicht mehr. Ich würde euch jetzt nicht empfehlen, hier noch mal eine Short-Order reinzumachen. Eher dann sollten wir hier noch mal ins Golden Pocket kommen. Damit würden wir auch ehemaligen Widerstand als Support bestätigen. Sieht man hier ganz gut. Also hier hatten wir noch mal Support. Dann hier unten wieder Widerstand am Golden Pocket. Dann ein bisschen hier gestrauchelt und dann eben das Breakout nach oben und jetzt eben der Support. Aber noch einmal in das Golden Pocket reinzukommen, wäre meines Erachtens wünschenswert, um möglicherweise hier noch mal eine Long-Position aufzumachen. Sollte jemand hier bereits Short sein oder ein Short-Entry gemacht haben, dann wäre es eine Möglichkeit, hier ein bisschen zu hatchen. Das heißt, den Short offen zu lassen. Sollten wir dann hier unten ins Golden Pocket reinkommen, dann möglicherweise einfach mit der gleichen Positionsgröße. Das heißt, ihr habt von einem Short schon Profite genommen. Dann einfach noch mal mit der gleichen Positionsgröße, die jetzt bei dem Short noch offen ist, eine Long aufzumachen. Das heißt, ihr habt einen kompletten Hatch. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass ihr hier irgendwie Minus oder natürlich macht ihr auch erst mal keinen Plus, aber ihr habt die ersten Profile bei dem Short gesichert. Sollten wir nach unten gehen, würde ich aber den Stop-Loss irgendwo hier in der Region um 0,23,27 wählen. Also das heißt, dass ihr dann hier wenigstens ausgestoppt werdet. Aber wie gesagt, ihr habt hier kaum Risiko. Ihr habt jetzt ein Risiko von 4% mit einem Stop-Loss. Klar ist es relativ hoch, aber ihr habt weiterhin einen Short laufen. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt alles so, was ich euch versuche zu erklären. Aber so ein Hatch ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil Chilis momentan sehr, sehr gehypt wird. Und natürlich auch Algorand können wir uns auch mal angucken. Auch hier startet so langsam so eine kleine Erholungsrallye, nachdem wir hier in diese Kaufzone reingekommen sind. Sieht auch relativ gut aus. Wir haben den Widerstand erst einmal hier rausgenommen. Huch, das war, glaube ich, ein bisschen zu viel, beziehungsweise struggeln hier immer noch ein bisschen. Das hoch haben wir rausgenommen. Erstmal als Support bestätigt, aber hier dieses höhere, sieht noch nicht so Bombe aus. Und was wir hier auch noch zu sagen haben, wir sind jetzt weiterhin im 1-Stunden-Chart bei Algorand. Hier dieser WIG bei 0,31,27. Ich zeichne euch das mal ganz kurz ein. Der Bereich hier, der wurde mit sehr, sehr viel Volumen gefischt, aber noch nicht abgefischt. Das heißt, das Risiko, dass wir jetzt einfach nochmal hier hochkommen, die Leute, die jetzt hier long gehen, dann hier oben nochmal die Shorts racken und dann eben nochmal die Abfahrt nach unten hin machen. Wir gucken mal ganz kurz vom FIP-Level, ob das hier einigermaßen passt. Würde passen sogar, dass wir hier nochmal in den Bereich dieser ehemaligen Kaufzone reinkommen, bei ungefähr 0,28 jetzt mal grob geschätzt. Aber für mich eher ein Short-Entry auf dem 1-Stunden-Chart, sollten wir hier nochmal hochkommen. 31,28, das ist der Bereich. Dann möglicherweise so eine kleine Short-Position eröffnen, mit Vorsicht aber nochmal genießen. Wobei, da drüben haben wir kein Volumen mehr, da haben wir auch kein Volumen. Ne, passt eigentlich. Aber man sollte vielleicht sogar den Stop-Loss hier in dieser Region um 0,32,12 legen. Müssen wir mal gucken vom Risk her. Sind es ungefähr 3,5% kann man mit Leben, sage ich jetzt mal aber auch nur mit kleinen Hebel. Also trotzdem, die Liquidität ist hier oben eindeutig da. Aber was ja auch dazu, deswegen auch den Stop-Loss noch ein bisschen höher, weil hier wieder so eine kleine Ineffizienz ist. Hier dieser Bereich dazwischen, deswegen 3,5% Risk. Wer es eingehen möchte, klingt für mich nach einem guten Setup und dann eben Rücksetzer in das Golden Pocket hier unten oder in dem Bereich der 0,28, 0,5 wäre momentan zumindest der erste Support. Gut, das war es von den Charts. Wenn ihr noch irgendwelche Alt-Coin-Bitcher habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich darüber freuen. Dann haben wir hier wieder ein paar neue Coins. Dann kommen wir ganz kurz zu den News. Solana, Deutschland, Ausweitung, das super Team. Ja, ihr wisst, ich bin kein Solana-Fan. Ihr wisst es einfach, der Artikel müsste mittlerweile in der Gruppe online sein. Ich bin aber, auch wenn da jetzt weiter ausgeweitet wird, ich bin einfach kein Solana-Fan. Aufgrund der Blockchain, aufgrund der Sache mit FTX. Es gibt D-Listings und sowas. Also passt auf jeden Fall bei Solana auf. Lest euch den Artikel gerne mal durch. Wer in Solana investiert ist oder da noch Hoffnung hat. Ich hatte noch nie wirklich da Hoffnung, klar. Aber das soll jetzt auch nicht so negativ klingen. Also klar, lest euch den Artikel einfach durch. Und ansonsten gibt es später noch den Wochenausblick. Eventuell noch ein drittes Video, weil ich habe ja gestern fünf Videos gedreht. Mache ich vielleicht später noch online. Muss ich mal gucken. Beziehungsweise lasse ich euch abstimmen, welches Video euch am meisten interessiert. Das kommt dann auch als erstes online. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder. Ansonsten gibt es nichts. Liken, abonnieren und gerne noch beim BingX-Registrierungs-Event mitmachen. Würde ich mich freuen. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.